Sie liefern uns die Idee, wir liefern Ihnen den Bus. Der Hauptschwerpunkt der Werbefachberatung Klaus Frankel liegt in der Vermarktung von Busaußenflächen, hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen und angrenzendem Bundesland. Buswerbung gehört zu den geist und stärksten Werbemitteln der Außenwerbung. Ihr Unternehmen ist täglich im Blickfeld Ihrer Zielgruppe. Eine kostengünstige Variante ist die Teilflächenbeklebung. Allerdings erzielt die Vollflächenbeklebung die meiste Aufmerksamkeit. Für alle Fragen im Bereich der Verkehrsmittel und Buswerbung stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017